Das ist unser Camper Van, wo ich gerade ausbaue. Hier kommen Bänke hin, hier kommt ein Tisch hin. Hier ist genug Platz, es ist noch nicht fertig. Wird noch fertig gemacht. Hier ist die Küche. Ganz neuer Kühlschrank. Brandneu, die ist noch nicht fertig, aber bald. Hallo, Adé. Ey. Das ist unser Bän, der ist jetzt fast fertig mit dem super Tisch für draußen. Hinsetzen, draußen gelesen. Perfekt einfach zum Schieben. Dann haben wir viel Platz. Hier für die ganzen Backpacks. Einwandfrei für Backpacks. Oder eine dritte Person. Und hier ist noch Platz. Und hier kommt nochmal eine Klappe hin. Und noch mehr Storage. Wunderbar. Tschüss. Musik. Auch.